Ja, Weidmannsheil, liebe Jagdfreunde, liebe Naturfreunde, schön, dass ihr vom Kanal heute wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir den Sauansitz Nummer 3. Eine Sau konnten wir schon erfolgreich erlegen, gestern. Und heute schauen wir mal, ob die Überläuferrotte wieder rauskommt und wir eventuell noch mal ein passendes Stück erlegen können. Ja, in diesem Sinne, Hori Do Weidmannsheil, meine Freunde, und ich werde ihn ein bisschen mitlaufen lassen. Und dann schauen wir mal, in diesem Sinne. Vielen Dank. 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 Ja. Vielen Dank. Das Bedürfnis, in Gemeinschaft heutzutage haben Oh, wie du Oh, wie du Möge uns für alle Zeiten Diese Leidenschaft begleiten Oh, wie du Wir singen durch die